Worauf man sich auf jeden Fall einstellen kann, ist, dass es... Ja, worauf denn? Warte. Tag 1! Wir müssen so ein Making-of machen. Was machen wir heute? Outtakes. Ich bin Olivia aus Hamburg und wir suchen hier drei nochmal. Ich suche hier. Kann ich die Outtakes haben? Achso, soll ich schon. Wie ist der Satz nochmal? Mein Normal... Ach, fuck. Ey, das war voll cool, meiner Meinung nach. Willst du mehr von mir sehen? Dann wisch einmal nach oben. Nee. Das will ich nicht. Nein, nein, nein. Und dann wirfst du mir die Schuhe? Swipe ab. Mann, du musst hier hinwerfen. Geil. Entschuldigung. Meine besten Schu-Live-Facts sind, ähm, am besten nicht in eine Pfütze treten. Okay. Kann ich das Mikrofon noch... Ah, nee, krieg ich nicht in meinen Mund. Äh. Wow. Zwei... Ah, was ist denn los mit dir, Alter? Top. Voll natürlich und so. Hier, danke. Oh, das ist doch eine Scheiße. Dann haben wir... Mäu. Mäu. Ohohoho. Wir wollen doch fertig werden, Kind. Komm. Sag das. Kinese, entspann dich. Boah. Wie hält man das aus? Wie schaffst du das? Ich kann das... Ich könnte das nicht. Boah. Das würde ich so Matsche werden. Das ist Wahnsinn. Hier, du hast einen Kugel in der Nase. Ist der groß? Nein, ey, das ist jetzt echt eklig. Eigentlich ist es doch ein Porträt über Polly. Ihr wolltet nur an meine Hunde. Ähm, ja. Jesus Christ, Katze. Also, ich glaube, hier ist die Datscheinbrut ziemlich hoch. Leute, ich bin nicht verrückt. Ich habe einfach eine Sprache. Piu, piu, piu. Außer, dass ich eigentlich jetzt auch echt Hunger habe. Ich habe echt Hunger. Ich brauche was zu essen. Ich kann schlafen. Und zwar habe ich das damals in einem Hostel in Kapstadt gefunden. Geklaut. So haben wir sie nicht erzogen. Ich weiß gar nicht, was ich nochmal gesagt habe. So ein Grad, so ein Gedate ist wie so ein Goldfisch irgendwie. Ich vergesse alles nach zwei Sekunden. Ich habe mich letztens richtig doll auf die Fresse gelegt. Oha. Pans am Anfang konnte ich nur mit Wein schreiben. Dann ging es auch ohne. Hör auf zu lachen. Keine. Scheiße. Ich schwitz voll. Vergesst kein Deo. Das waren meine Fragen. Yeah. Ja, ist ja gut jetzt. Also, komm. Subscribe! Oh!